wir haben etwas sehr merkwürdiges aufzuklären etwas sehr merkwürdiges stell dir vor wir haben erst fünfeinhalbtausend Dauerkarten verkauft nein doch und wir haben eine liste der leute gefunden die noch keine Dauerkarte haben nein doch und ich bin heute hier weil du auf dieser liste stehst ich du nein doch lohnt sich so eine Dauerkarte schon für 10er pro spiel schönes Weihnachtsgeschenk nein doch aber ich bin doch eh bei jedem spiel dabei du ich nein doch ja